Hörst du auch gerne Musik? Dann probier doch den neuen Muffin-Player. Der geniale Musik-Player, der dir einfach automatische Playlisten erstellt und dich visuell durch deine Musik navigieren lässt. Und das jetzt auch auf deinem Mobiltelefon und Tablet. Mit dem integrierten Muffin-Drive kannst du deine Lieblings-Tracks einfach online speichern. Dann kannst du deine Musik immer und überall anhören. Entweder auf muffinplayer.com oder mit deinem Handy. Muffin-Player 2.0. Deine Musik überall. Hol dir den Muffin-Player jetzt kostenlos und entdecke noch mehr coole Funktionen. Neues von Muffin gibt's auch auf Twitter.